Hallo und herzlich willkommen zur Geflicken-Lego-Unterhaltung. Ja. Wir sind schon fast den ganzen Tag damit beschäftigt. Wir sind voll motiviert trotz allen Dingen. Ja, klar. Auf geht's! Füße dran sein! Jaaa! Jaaa! Nicht lange reden, ist schön gemacht. Recycling! 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 Jaaa! Wenn wir 13 hinter uns haben... Dann geht's nur noch aufwärts. Geht's nur noch aufwärts. Nur noch eine Tüche dann. Ich baue hier den Ghetto-Master drauf. Ghetto-Master? Wer soll'n da sein? Oder der? Ist das Winston? Ne, ist so ein Monster, denke ich mal. Wo ist das Gesicht? Wo ist das Gesicht? Wo ist das Gesicht? Das ist ein Geist. Das hat sich mein Leid auch immer gefragt. Wo ist das Gesicht? Ja, stimmt. Er ist zu kurz. Na, wo ist denn der Länge? Versteckt hast du ihn von mir. Vergraben? Vergraben! Ausradiert aus dem Leben! Ja, wie sagt Aramon? Wollt ihr denn ewig leben? Falscher Film. Ich weiß. Aber es gibt so Zitate, die muss man einfach kennen. Wollen Kameras auch zurück in die Zukunft? Ach, ist nicht schlau. Auch. Auch? Hat er das da auch gesagt? Ja. Ja. Hallo? Ich kenn den Film fast auswendig. Fast? Aha. Einschränkungen und Folgen. Den will ich dir auch geben. Ja, natürlich wolltest du das. Wolltest du dir da verstecken unter den anderen? Ja. Ich werde betriebsblind, glaubst du da? Nach einer Zeit sieht man vor lauter Steinen die Steine nicht. Die Bäume nicht. So, jetzt können wir wieder simultan ein bisschen machen. Ne, das nicht. Das musst du noch bauen. Ja, ist gut. Ne, das musst du aber machen. Das kann ich nicht. Ja, ich muss ja warten, bis das fertig ist. Sonst kann ich nicht weitermachen. Nicht weitermachen. Chef der Mörtel trocknen. Was soll ich tun? Ich kann nicht weitermachen. Ja, genau. Haben Sie schon mal Fadebild beim Trocknen zu gesehen? Ja. Leider weg. Was? Im Weg liegt dir, dass er weggeschafft. Ach, sowieso. Ich suche den Zweier links oben. Da ist er doch. Ja, den brauchtest du noch, ja. So, jetzt kann ich. Boah, jetzt kannst du. Wahnsinn. Ob wir noch mal Fenster bauen? Ich glaube, ne. Wer weiß. Noch ein Fenster und ich drehte euch. Nein, da kommt tatsächlich noch eins, oder? Ja, sowas hier. Ich weiß es nicht. Komm mir bekannt vor. Komm mir bekannt vor. Irgendwo habe ich das schon mal gesehen. Ja, irgendwo. Damals. Vor zehn Stunden. Eine Woche. Oh je. Okay. Ist es fertig mit der Seite? Oh du Blätter-Logo. Wir sind immerhin schon bei 500... Nein, 500. Ein Schritt. Step 500. Ja. Ja. Geil. Party. Echt? Den Rest müsst ihr euch selber aufbauen. Nein. Mehr machen wir nicht. Ist es vorbei. Mann. Da hat sich Lego auch gedacht, das machen die nie. Haben sie falsch gedacht. Nicht mit uns. Haben die sich gedacht. Nicht mit uns, dachten sie sich. Ey. Das ist falsch. Vierer. Nein, eben nicht. Doch. Und ich habe Flaffen gesungen. Ich habe uns noch nicht reingesungen. Die Leute wissen gar nicht, was wir machen hier. Echt nicht? Nee. Die haben uns noch aufregen gesehen. Müssen wir zurückspulen. So. Damit auch welche Sache ist, wir wissen es selber noch nicht. Wobei hier wird wahrscheinlich wieder ein Head-Trepp hinkommen. Wahrscheinlich, ja. Das ist anzunehmen. Und so, was machst du gerade? Weißt du nicht. Hä? Wie, was mache ich gerade? Ich weiß nicht, was du machst. Siehst du doch? Nee. Ich sehe das nicht. Ich sehe gar nichts mehr. Mein Auge ist blind. Mein Ohr ist taub. Glaube ich nicht. Ich sehe nur noch Steil. Das ist sonst vom Stein heute Abend. Das soll dann erst werden. So, einer hat zwei Abstand. Zwei. Von Steinen verfolgt quasi. Jo, nur durch in der Seite, ne? Echt schon? Und hier zwei. Ach so, da kommt noch eine Reihe drauf. Da kommt noch eine Reihe drauf. Und hier. Das hier. Ja, das war's jetzt. Bäh. Bam. Schau mal, so einen Bogen. Zwei Bögen. Ja, ich mach die schon. Ja, ich mach hier das Gitter mit dem Gitter. Ja. Ich mach den Bogen. Ungelogen. Mach ich den Bogen nach oben. Ja, jetzt brauchst du deine eigene Treppe zusammen. Das ist auch ein bisschen komisch. Auf welchen Ende? Die ist ja auch anders. Von C. Die ist anders. Ja, die ist anders. Die ist anders. Ach so, das kommt da vor. Davor, genau. Damit das auch die Stufen ergibt, ne? Ich verstehe. Gut. Das, hast du Hunger? Ähm. Ne, nicht ganz. Da oben fehlt da mehr. Ne, das ist schon richtig. Eins, zwei, drei. Ja, das ist falsch. Das ist falsch. Das ist falsch. Das gebe ich auch gerne zu. Der kommt hier so ein Dreier hin. Genau. Genau. Hier kommt auch noch so ein Dreier drauf. Klar. Ja, aber irgendwie kommt das komisch, ne? Komisch vor, ja. Als ob da noch so ein Vierer drauf müsste hier oben. Ja, genau. Da guck ich hier nämlich auch schon die ganze Zeit hin. Aber da ist keiner. Ja. Eins, zwei. Doch, hier oben müsste noch einer drauf. Ja, der fehlt bei dir. Sonst haben wir keine Stufe. Fertig. Aber wo ihr sagt? Ja. Ja. Wie viel, ne? Fushi. Ja. Eins, zwei, drei und vier brauen wir. Mhm. Fähr. Dann ist eine Platte. Ah, das war mein Fehler. Hast du mir wieder was weggenommen? Ja, ich hab... Das macht die Uhrzeit vorne. Nee. Das war... Ich hab nicht gesehen, dass er flach ist. Ach so. Ja doch, das hätte ich dir sagen können. Aber man fragt mich ja nicht. Ich hab auch meinen Stolz, ja? Genau. Ich frage nie. Doch. Fragen sollte man. Man sollte auch mal Mut beweisen und fragen. Egal, wie die Antwort ist. Wie geht das? Warum machst du das? Ja. Das haben wir schon immer so gemacht. Beste Antwort. Nee, das war falsch. Wie, das war falsch? Ach, da bist du schon. Ach du liebe Güte. Warn mich doch vor. So schnell komme ich nicht mehr hinterher. Okay. So, jetzt hast du da den. Dann kommen da noch zwei Flache drauf. So, jetzt geht das denn so. Genau. So meinst du, ne? Zwei Flache und dann noch mal so ein... Hab ich schon. ...no meins rein. Ja, hab ich hier. So was meinst du. Ja, klar. Was denn sonst? Ja, ich weiß auch nicht. Wahrscheinlich wieder sowas. Ja. Hatten wir ja noch nicht. Hatten wir das erste Mal, oder? Das ist neu. Das ist alles neu. Das ist alles neu. Alles neu, was glänzt. So. Was folgt daraus? Natürlich. Was kann darauf nur folgen? Mhm. The same procedure. Okay. Jetzt kommt was Neues. So. Und auch die Wand kommt nach außen. Mhm. Genau. Hätte ich. was irgendeinig ist. Was irgendeinig ist. Was irgendeinig ist. Aber ich guck grad wo die anderen da liegen kommen. Da drauf noch. Und dann da drauf. Ja. Noch einen drauf, ne? Noch einen drauf und dann noch mal so ein einer. Dann noch mal so ein einer. Okay. Also bei mir jetzt. Bei dir auch. Ja, Sam. Ja, ist ja du vorne. Ach so, super. Du alles bauen. Ja. Kein du alles Studio, du alles bauen. Ne Tür. Eine Tür. Ja. Oh. Oh. Ach so, dann haben wir hier wieder eine Höhe. Und wer könnte es ahnen. Ja, genau. Verzierung. Ja, ist ja wichtig. Oh ne, Blumenleucht hier gar nichts. Die kommt jetzt daran. So. Jetzt sind wir bei 16. Was ist denn? Schon? Ja, ich war so frei. Krass. Jetzt tu mal so. Krass. Wann ist denn das passiert? Ja. Auf Fenster. Auf Fenster. Auf die Tür. Du kannst auf dem Fenster. Brauche ich den? Du machst die 17, ne? Ja, die 517, ja genau. Dann mach ich die beiden beigen Dinger hier. Dann mach ich die beiden beigen Dinger hier. Da sind sie auch. Und der hier. Ein 4er. Merkst. Okay, Rudolf. Ja. Ja. Okay. Ist hier so ein 1er drin. Hier auch so ein 1er drin. So ein flacher 1er Rote. Ja, ein flacher 1er. Dann kommt hier sowas drüber. Ja. Hab ich auch. Nein. Und die nächste Reihe. Rote 1er. Oh, jetzt kommt wieder Technik. Jetzt kommt wieder. Ja, dies machen wir jetzt hier drin. Ach so, das muss man jetzt zusammenbauen. Dann geben wir her. Dann mach ich das mal eben flott. Das ist zu lang. Ach so, das ist die andere Seite. Das war die andere Seite. Das ist so. Vorzeug und sing. Madame. Die kann ich auch schon mal beiseite. Die kommen außen. Welche sind denn das? Doch die kleinen. Das kommt dahin und ins Vorletz. Ach ja, wohl. Ich bin nicht überzeugt. Ja doch, das ist schon richtig. Das ist nett. Das vorletzte. 1, 2, 3, 1, 4. Ich denke mal, da waren wir beide in der Höhe. 1, 2. 2. Oh ja. Das sieht doch schön aus. Ja, das müssen nur passen. Passt doch. Der kommt ja noch um die Ahnung. Das sah erst schief aus. Alles gut. Jetzt kommen die davor wieder. Wie immer. Aber die sind nur zwei Sechser. Ja, ist ja kleiner. Ist ja ein bisschen kleiner. Ein bisschen ist gut. Winzig. Winzig kleiner Lebensraum. Jetzt kommen hier diese Hörner drauf. Ja. Und zwei Dreier. Ja. Drei Nasse. Gut. Einen habe ich. So. Und nächste Treppe. Nächste Treppe? Nächste Treppe. Ja, aber die ist schon fertig. Die ist fertig. Bitte. Fragt sich mal. Die kommt hier ran. Wird einfach nur noch hingehangen oder was? Ach jetzt. Damit die wieder größer wird. Ja, die geht um ein Eck. Verstehst du? Ja cool. Ecke um ein Eck. Nee. Quasi eine Eck Treppe. Mhm. So. Voll ecklich diese Dinger im Real anlegen. Und vierer. Und dann und das. Ach so. Da oben geht es schon weiter. Mhm. Mhm. Darauf war ich nicht vorbeleitet. So. Dann kommt ein Zweier frei. Dann kommt der. Und ein Zweier. Und ein Zweier. Ja. Und ein Zweier. 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 Okay. Ist das richtig, dass da ein Loch bleibt? Nein, das ist nichts. Wo noch? Hier kommt noch ein Einhandrauer. Ach so. Ja, weil der Rote hier so rein bleibt. Er gibt sich schon mathematisch gut, weißt du. So. Genau. Zeig. Jetzt schon mal so wieder eine Linie. Noch. Jetzt kommen die braunen da drauf. Moment, 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 Moment. Noch nicht, 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 noch nicht. Ach, die roten Einer. Ja, ja. Ja, ja. Da kommen noch Dinger drauf. Obwohl man die nicht sehnt. Machen wir es trotzdem rein. Ja, sie werden jetzt irgendwie von innen. So. Jetzt da ist er. Ich sag ja nur, obwohl man die nicht sieht. Jetzt werden sie verdeckt. Und das Schöne ist, da kommt Deckel drauf. Stimmt. Jetzt kannst du auch hier rein. Gut, ne? Sehr gut. So. Jetzt bauen wir das Hole noch höher. Jetzt kommt schon die nächste Etage. Ja, das wird direkt da drauf gemacht. Ja, das wird direkt da drauf gemacht, ja. Damit man das komplett dann auch machen kann. Ja. Und schon wieder. Ah, ha. Und jetzt. Ich dachte, wir werden sie weg. Nein. Ha. Und was ist wenn? Kann das denn auch. Wofür das gut ist, wissen wir noch nicht. Nee. Da hab ich noch mal irgendwas reingepinnt. Ja. Einen Aufkleber hab ich, aber der ist für draußen. Ja. Dann ziehen wir mal eben die Wand hoch, würde ich sagen. Nein. Ja, komm. Wofür wir nun? Ja gut, das ist ne kleinere Wand. Ja, stimmt schon. Das ist alles klein hier. Das kleinste Set der Welt. Steht aus einem Teil. Bumm. Ja, bumm. Genau. Hä? Achso. So. Ja so. So, dann kommt das so. Genau, falsch gemacht. So. Kata, 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 kata. Ja. Ja, faszinierend. Faszinierend. Genau, faszinierend. Na guck mach rein, das passt. Ja, ich muss ja erstmal gucken, ob du... Oh, jetzt die Flachen drauf und nicht mehr. Die so wie ich. Da bin ich noch gar nicht. Ich mach erstmal hier die zweite Reihe. Da ist nur ein Dreier. Ja, den hab ich noch hier. Kann auch ein Dreier sein. Ja, es bleibt einer frei, ja. Okay, okay, okay. Kommt immer einer hin, deswegen. Also da sind wir noch. Stimmt. Aufpassen. Aufpassen. Nee, da kommt zwei vier. Ja, ja, da kommen wir jetzt hin, genau. Deswegen, wir waren schon wieder eine weiter. Ja, deswegen. Aufpassen. Du weißt es ja selbst nicht mehr. Doch, doch, doch. Er will nur tasten. Ich teste ihn nur mal. Die letzte. Einer geht noch. So, jetzt die letzte. The final stage. Countdown. Nix, Countdown. Wieso nix, Countdown? Nix. Ach, ich hab mal den falschen gebaut. Ah, nein. Kannst du den richtigen? Ja, mach ja sein. Ich find bloß keinen Stein mehr. GPR. Da ist die Platte. Ich mach gar nix. Das ist ein brauner Einer. Ein roter Einer, Fynn. Da haben wir einen. Die anderen, die weißen, haben wir nicht. Die weißen haben wir noch nicht. Da kommt doch noch einer. Gut, dass ich den direkt hier behalten hab. Dreckige Lache. Langsam geht's ab. Da geht ab. So, ein schickes Türchen. Ja, da muss auch wieder ein Kniff drin machen. Ne, Kniff. Kniff auf den Knauf. Ich kann schon nicht mehr reden. Die Kniff. Ja, guck mal, gleich zwei Meter höher die Wand. Ach, da kommt ja noch mehr Wand. Und noch mehr Wand. Ja. Ja. Es kommt. Es kommt. Es kommt die letzte Mauer rein. Und wieder ein roter Einer. Hm. Die mussten irgendwo braune rein. Genau. Und haben dann... Ja, die sind ja schon. Echt jetzt? Ja, ja. Hier unten. Kein Punkt, ne. Kommen wir schon dran. Ich vermute mal, dass die Treppe komplett bei uns sein soll. Ja. So ist er auch. Das liegt nahe, ne? Das liegt nahe. Ja gut, das war jetzt... Kein Ding. Kein Ding. So. Weiter geht's. Weiter geht's. Nicht drüber nachdenken. Einfach machen. Ja, was? Doch, ich schmisch doch nicht drüber auf. Ne, warum auch? Handwerksmeister nimmt seine Arme und macht's wieder kaputt. Gut. Ist Treppe zwar schon fertig gewesen, jetzt ist sie kaputte Treppe. Na, der ist ja noch einer. Ja, unsere schon. Und was hast du hier gemacht? Auch falsch. Da kommt der zweite Rote hin. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Mal, 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 mal. Klacher, fairer. Ja, bin schon dabei. Das... Hmhm. Ja. Kommen hier die Wasserrinnen? Hm. War ja auch klar. Die lange hab ich schon. Einmal ein Sechser oder die Zweier für immer. Da ist er doch. Und dann kommt wieder Roter drauf. Mhm. Okay. Rotes Haus braucht rote Steine. Ah, ne. Das ist auch noch mal eine Sagenlegung, macht dich verrückt. Wieso macht dich verrückt? Doch, ich dreh gleich durch. So. Heide Witzker. Jetzt kommt wieder Flache. Ja, genau. Und nochmal so ein Zweier. Den hab ich hier. Ja, nochmal so ein Zweier. Jetzt. Vierer. Den brauch ich auch nochmal. Genau. Und die Grauen. Grauen. Genau. Vier mal vier. Vier mal vier. Und 16. Nicht in meiner Welt. Ich dachte nicht, dass das jetzt noch höher wird. Ich hab gedacht, wir werden schon auf dem Dach. Auf dem Mond. Ja, nee. Wegen Dachen und so, ne? Ja, kommt doch noch. Letztendlich ist das nicht höher als das gesamte Gebilde da. Nee, das kommt ja wieder. Vierer. Ganz normale Vierer. Ja, eben. Normaler Vierer. Du sagst es. Ja. Ich hab nur noch mit Pümpel. Eben. Ja, weil, da hätten wir einen Pümpel gebraucht, weil wir jetzt normalen drin haben. Wenn man keinen normalen Vierer gebraucht ist, ja. Nee. Oder versuch ich mich da. Du, naja, kannst ja nicht. Ja, ich guck mal kurz zurück, ob wir irgendwo Vierer mit Pünfen hätten gebraucht. Vier mal mit Pünfen gebraucht hätten. Genau. Die zwei haben wir genommen, ja. Das ist was anderes. Guck, 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 guck. Das ist scheinlich hier ganz unten irgendwo. Hm, wahrscheinlich, ja. Wie ich uns kenne auch. Aber ich sehe auch keinen normalen Vierer. Doch, hier unten eventuell. Das ist ja Fußboden. Ja, unter kann ja trotzdem was sein, ne? Na, hier sind die zwei Vierer. Die sind auch hier drin. Guck, 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 guck. Guck, guck, guck. Guck, guck, guck. Guck, guck. Da ist einer. Warte mal. Ein normaler? Ja, genau. Ich sag ja ganz unten. Ganz unten. Aber da kommen wir gut dran. Das ist der Äußere. Der Äußere. Fehler gefunden. Gut, der hat dann nicht mittendrin irgendwo. Ja, richtig. Von so Eckseiten guckt man immer dran, aber sobald das irgendwie irgendwo reingeht, ist vorbei. Gut, da haben wir's. Das wäre mein Fehler. Siehst du? So gleicht sich das wieder. Guck mal Wasserbinden rein. Die müssen ganz schön viel mit Regen zu campen haben. Ja, aber ganz, ganz fehl. So. Zwei. 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 Ahja. Ich bin hier bei den. Ja, mach euch. So. Also Zimmer drauf. Ja, der kommt ja. So. Ja. Oder eben nicht. Das sieht gut aus. Next. Dicke noch. Ach hier oben? So flache? Ja, so ein flacher. Genau. Schon aber wieder alles auf eine Eta. Richtig. Das können wir doch auch irgendwie. Das können wir. Das können wir. Das können wir. nicht schlecht gemacht. Ja, auch nicht schlecht gemacht, ne? Das so mit eins zu machen. War glaube ich beim Zins und sah das auch so, ne? Ich weiß es nicht mehr. Mal drehen. Ach hier unten. Ich leck's mal hin. Kommen sie hier dran und wir haben persönlich reingesetzt. Die roten, die blauen. Ach ne, die brauchst du ja da gar nicht. Alles klar. Die brauchst du ja nicht, ja. Wo willst du dann diese? Genau. Da hast du ja die Pümpel schon. Ganz unten kommen die Schlotten rein. Ja, aber auch her. Ja, ich bin schon dabei. Noch einer da. Zwei Flächer frei. Ach so, da kommt die noch in die Ecke. Interessant. Was da jetzt wohl noch dran kommt. Ein Feuerleiter wahrscheinlich. Schauen wir mal. Ja, hast du bereit. Zweimal mit dem, aber die grauen. Ah ja. Ne, da sind ja auch zwei verschiedene. Ne, Feuerleiter, wie cool. So was mag ich so. So richtig geil. Sogar mit Feuerleiter, geil. Noch alles geht's ab hier. Irgendwelche Häkchen. Ja, dieser Greifarme, ne. Der ist schon besser, wenn man es hinlegt. Da muss man wahrscheinlich genau gucken, wo sie hinkommen. Ja, vermute ich mal. Ich weiß es nicht. Ja, ich vermute auch. Vor allem, die müssen nach innen sich bringen. Nach innen. Ja, ich hab das schon verkehrt rum. Ganz wichtig nach innen. Zweite Sprosse. Und dann kommen die Stangen da dran. Und dieser Greifarme. Hä? Ja, dieser Greifarm. Ja, ja, das schon, aber das ist ein bisschen, das muss doch nach außen, oder was? Ach nee, ich kann das ja variieren. Stimmt. Ich hab ja alle Möglichkeiten. Du kannst das, äh, die Arme verstellen. Ja, ja. Stell mal vor. Muschiert jemand ja hinein denken. Das kommt schon dazwischen. So einfach. Boah. Ähm. Das ist der Arm. Hier kommt genau dazwischen. Ach so, ja. Dann schieb ich ein bisschen weiter raus. Machst du aber nicht kaputt. Mach ich ja nicht. Hast du schon. So. Geil. Moment, Moment, Moment. Balkone. Wie sieht das aus? Boah, da kommt noch mehr. Ja, da kommen hier noch die Leute an. Also drei kommen untereinander, die baue ich. Ach nee, ich kann sie hier so reinhängen, oder was? Sieht doch richtig, oder? Mhm, wo das erste Gelenk ist, ne? Ach so. Ja, so dagegen. Ja, so muss man aber jetzt mal sehen. Ja, ich dachte, das fährt zusammen und dann... Ja. Ja, das war jetzt irritierend. Ja, ist ja nicht schlimm. Okay, Blender machen. Vier kann ja nicht mehr kommen. Nee. Aber hier, die Blenden fehlen ja noch. Haben wir nicht dran gemacht. Dann machst du eben so zwei Sechser klar. Deswegen wundere mich schon, wenn wir hier noch viel übrig sind. Und da fehlt ja auch noch eine Blende. Ja. Davon haben wir noch nichts gesehen, oder? Doch. Doch, haben wir schon. Oh, Gottes Willen. Kein Wunder, das ist immer noch... Lass du das hier runterklappen. Das hält sich dann von selber her. Ja. Jetzt kommst du. Normalerweise rutscht die ja so runter, wenn du so gebrauchst. Na? Ja, richtig. Boah. Nee, ein bisschen. Ne, wie gesagt... Die rutscht schon runter. Ja, richtig. Stimmt. Stimmt. Das hat jetzt nicht so gegeben. Aber optisch macht das schon was her. Geile Sache. Ja, cool. Wir ändern uns dem Ende. Ja. Fehlt noch das Dach. In großen Schritten. Ich freu mich. Also ein geiler Glotz. Ja. Also bis dann zur letzten Tüte. Machst du es noch mal zu, damit du es noch mal sehen kannst. Ja. Genau. Oh nein, da fehlt schon alles. Ja, nicht schlimm. Die Seite haben wir dann jetzt gemacht. Ja. Die Ecke. Genau. Gut. Heftig. Letzte Tüte folgt. Ja. Letzte Tüte folgt. Ding, 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 ding. Das war das Feuer. Ja. Ja, das ist... Das Feuer ist... Breitet sich überall aus. Ist noch nie unter Kontrolle. Ja, wieder reinlegen, das war im Labor oder so. Ja, habe ich schon. Hast du schon. Gut, dann... Ja, ist die Frage... Bis zur nächsten Folge, würde ich sagen. Ja, genau. Tschau. 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 Tschau.